Nie wieder GoPro. Ja, das ist genau richtig, so lautet der Titel des Videos und das ist auch so und ich möchte jetzt einmal in diesem Video einmal erklären, warum das bei mir so ist, wie das dazu gekommen ist. Ich hatte vor ein paar Tagen unter meinem Video, wie ich die OsmoCam einrichte, einen Kommentar und der war sich halt nicht schlüssig, ob er die neue DJI kaufen soll oder generell umsteigen soll von einer GoPro Hero 9, das ist nämlich diese hier, die habe ich nämlich auch, zu einer Osmo Action. Und ich habe sofort geschrieben, tu es, du wirst es nicht bereuen und das ist auch wirklich so und seitdem ich eine DJI Osmo besitze, weiß ich definitiv, ich werde nur noch, wenn ich Action Cams neu kaufe, dann nur noch DJI Cams kaufen, stand jetzt zumindest, aber keine GoPro mehr. Ich war nämlich tatsächlich auch vor der Überlegung, diese GoPro nochmal zu ersetzen durch die GoPro 12 oder 13 und hatte mir dann aber auch parallel schon die Osmo Action 5 bestellt. So und dann war halt das ganze Thema, das war bei mir ein bisschen komplexer, es ging halt hauptsächlich um Ton, weil bildtechnisch, also dieses Video soll jetzt nicht irgendwie einen Vergleich machen, welche ist besser oder was auch immer, sondern einfach nur meine persönliche Erfahrung, was für mich im Endeffekt besser ist, was für dich vielleicht auch besser sein könnte. Hauptsächlich was das Bild angeht, Bildqualität finde ich auch minimal besser bei DJI, aber darum soll es gar nicht gehen, weil im Endeffekt sind das nachher Cams, die du wirklich miteinander eins zu eins vergleichen musst, damit du wirklich einen Unterschied siehst. Aber wenn du jetzt nur diese eine Kamera hast, wenn du jetzt nur diese GoPro hättest, wie ich sie sonst habe und ich habe damit aufgenommen, interessiert es nachher wirklich gar keinen, mit welcher Kamera du das aufgenommen hast, weil es ist ein gutes Bild, es erfüllt seinen Zweck vollkommen und für mich ging es tatsächlich primär um etwas anderes, nämlich um den Ton. Denn ich finde, es ist nichts wichtiger als der Ton und danach kommt erst das Bild, weil wenn du nicht richtig was hören kannst oder es rauscht oder was auch immer, finde ich das immer katastrophal. Deswegen war für mich so die Frage, was passt als nächstes Setup für mich für unterwegs, weil ich gerade ein neues Setup aufbaue dafür, als Action Cam in Verbindung mit Ton zusammen. Und ja, da gab es auch tatsächlich erst das Rode Wireless Go 2 Pro, ist das glaube ich, auf jeden Fall dieses Wireless Pro meine ich heißt das. Und das habe ich tatsächlich auch bestellt gehabt, zusammen mit einer GoPro Hero 12, habe aber beides so wieder zurückgeschickt, ohne es wirklich auszupacken, ohne es anzugucken und habe mich schon dagegen entschieden. Und dann für die Osmo Action entschieden, in die Osmo Action 5 habe ich jetzt hier, in Verbindung mit dem DJI Mic 2, das ist das Kästchen, was wir hier haben, das zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Und das war für mich tatsächlich im Endeffekt als Creator für das, was ich damit vorhabe, die perfekte Lösung. Aber nicht nur das Zusammenspiel hat mir sehr gut gefallen, dass beides einfach sehr gut miteinander funktioniert, sondern allgemein einfach schon die Bedienung bei der Osmo, dass das alles flüssiger läuft. Ich weiß nicht, tatsächlich, ich habe nur die GoPro Hero 9, das ist das aktuellste Modell. Ich weiß nicht, wie es bei der 10er, 11er, 12er oder 13er ist, ob da auch das Display irgendwie laggt. Ja, dass das irgendwie quasi mega die Verzögerung hat, so ein Delay drauf ist, nicht richtig reagiert. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde Einstellungen auf der GoPro Hero 7 oder 9 bis jetzt sehr schwierig und ich hoffe, dass das vielleicht mit der 12er oder 13er auch nochmal flüssiger wird, so wie bei der Osmo Action. Wie schon gesagt, ging es mir eigentlich hauptsächlich um den Ton, dass ich vernünftiges Bild und Ton habe. Und dazu hatte ich dann auch ein Media Mod gekauft. Hier, das ist das sogenannte Media Mod, das gibt es für die GoPro als Zubehör. Da gehört jetzt dieses Mikrofon natürlich nicht zu, das kann ich mir sonst noch kurz abmachen. Das ist noch so ein Shotgun-Mikrofon hier. Das ist das Media Mod von GoPro. Und da habe ich tatsächlich auch so meine Probleme mit und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Und vielleicht hast du ja auch die Erfahrung gemacht. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass sobald ich dieses Media Mod mit der Kamera verbinde, ich kann es mal kurz kurz zeigen, das kannst du dir einfach hier aufmachen. In diesem Media Mod ist ja ein USB-C Anschluss drin. Deswegen machst du halt, hier geht es schon wieder los, irgendwo drauf gekommen und schon ist es wieder alles Käse hier bei der GoPro. Ich mache sie mal aus. Ja, kannst du sie ja einfach hier mit verbinden. Das heißt, hier machst du einmal die Klappe ab an der Seite und dann hast du ja hier den USB-C Anschluss und dann schiebst du das hier einfach nur so rein. So, und das war es. Und die Kamera ist mit dem Media Mod verbunden und hat jetzt folgenden Vorteil. Du hast jetzt hier bei diesem Media Mod einmal einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann hast du hier einen USB-C Anschluss zum Laden und nochmal so einen Micro HDMI Anschluss, um zum Beispiel damit zu streamen oder einfach einen Monitor nochmal anzuschließen etc. Genau, das ist eigentlich super praktisch, weil so kann man sich hier zum Beispiel nochmal ein externes Mikrofon draufsetzen, das hier per Klinke dann verbinden oder dann halt ein Funkset anbauen. Damit hatte ich halt vor, dieses Rode Wireless Go Pro, ähm... Nein, das Rode Wireless Pro. So, um das mal richtig zu sagen. Das damit zu verbinden, das war eigentlich der Plan. Und ich glaube, das Rode Wireless Go ist auf jeden Fall auch sehr gut, gar keine Frage. Aber ich habe mich dann tatsächlich aufgrund der Verbindung hier zwischen, also der Osmo Action Cam und dem DJI Mic 2, der eigenen Integration sozusagen, dafür entschieden, das beides zu nehmen, beziehungsweise hier komplett auch mit Mikrofon auf DJI umzusteigen. Aber bevor ich abschweife, ich wollte nochmal kurz was zum Media Mod sagen. Und zwar ist das bei diesem Media Mod so, dass ich diesen gekauft habe, in der Hoffnung, dass damit alles erledigt ist, dass ich hier dann quasi alles nutzen kann und so weiter. Und das ist auch super praktisch. Du hast hier noch ein Mikrofon integriert. Also hier ist auch noch ein Mikrofon drin, ne? Ja, ein externes. Und dann hast du deine Anschlüsse und hast halt hier Möglichkeiten, noch was anzuschließen über diesen Schlitten, aber halt auch hier oben. Wirklich super praktisch. Aber, und das ist das Problem, was ich mit diesem Media Mod habe, sobald ich das angeschlossen habe und ich lasse das einfach mal ein paar Stunden liegen oder über Nacht, dann ist der Akku leer. Und da frage ich dich, ist bei dir genau das gleiche Problem? Weil ich habe tatsächlich dieses Teil ausgetauscht, habe mir einen neuen Media Mod gekauft, also konnte das zurückgeben, habe mir einen neuen gekauft und jetzt ist hier genau das gleiche. Und ich war super verärgert, weil ich musste einen Dreh machen, habe das hier vorbereitet, habe alles weit ausprobiert, hat alles super funktioniert, habe das zurechtgelegt, abends wollte nächsten Morgen starten, will die Kamera anmachen, passiert nichts, weil Akku leer. Und der Media Mod irgendwie, warum auch immer, die ganze Zeit den Akku leer saugt. Und ich weiß nicht warum. Wenn du weißt, warum, dann schreib es mal bitte in die Kommentare rein. Ich habe zwar auch schon gelesen, das kann damit zusammenhängen, wenn du irgendwie WiFi oder ähnliches anhast oder GPS, aber, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen, vielleicht sieht man das, sieht man das, sieht man das, sieht man das, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da kann man es glaube ich sehen. GPS und alles mögliche ist ausgeschaltet. Also, es ist nicht eingeschaltet, es ist ausgeschaltet, definitiv. Es kann eigentlich nichts da sein, was irgendwie Strom zieht. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, sag es mir bitte, weil ich würde das natürlich trotzdem gerne nutzen, weil die behalte ich ja noch. Und ich habe aber keine Lösung gefunden. Ich habe andere User gefragt, die haben irgendwie nicht das Problem. Ich habe keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, aber auf jeden Fall ist das Ding bei mir einfach so, dass das ständig den Akku leer saugt und das ist ultra nervig. Also, auch wieder ein Pluspunkt für DJI, denn hiermit kann man halt ganz easy peasy das Ganze verbinden mit Zubehör. Und zwar habe ich hier nämlich auch nochmal Zubehör gekauft, dazu gekauft, Osmo Action. Ja, also nicht verwirren lassen, das ist ein externes Mikrofon, das kann ich mal kurz wegräumen hier, das gehört mit zum externen Mikrofon dazu. Und das ist quasi das Mikrofonset. Und diese beiden Sachen habe ich jetzt noch dazu gekauft, beziehungsweise diese drei an Zubehör. Nämlich zum einen einen weiteren Clip, um die GoPro, beziehungsweise GoPro sag ich schon, die Action Cam, dann einfach umzustecken. Und das ist nämlich auch das Geile, weil du hast nämlich bei den GoPros immer nur noch das hier, ich meine, das ist ja auch schon mal ein Fortschritt gewesen, dass das an der Kamera integriert war. Ja, diese Möglichkeit hier, diese Halterung quasi ranzusetzen, um dann das irgendwo ranzusetzen, wo du gerade möchtest, wo du es brauchst. Aber du brauchst halt immer diesen Stift hier, um dann halt das Ganze festzuschrauben. Und das ist super nervig. Das ist super nervig. Ich hatte das tatsächlich einmal, da saß ich im Auto und hatte die Kamera vorne installiert gehabt. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr raus hier. Hatte ich das vorne auf dem Armaturenbrett installiert gehabt, die Kamera, und wollte die dann mitnehmen nach draußen. Und dann sitzt du da erstmal stundenlang und musst das Ding da rausfriemeln, bis vor du diesen Stift hier rauskriegst, um dann die Kamera zu lösen. Und dann kommt einfach Osmo und sagt dir, was, was, wir haben hier ein geiles System. Klack, mit Magnet und let's go. Und dieses Teil hier, diesen Magnet, also diese Halterung, die habe ich mir jetzt noch dazu bestellt. Kann ich das einfach hier draufsetzen und losfeuern. Weil die kann ich mir dann quasi auf einen anderen Stick oder sowas hier drauf machen. Ja, das ist ja quasi dann diese Halterung, die ist ja irgendwo anders. So sieht die ja aus nochmal. Und kann mir die irgendwie auf einen anderen Stick drauf packen. Und dann kann ich die einfach umsetzen. Kann die einfach abnehmen, aus dem Auto zum Beispiel rausnehmen, irgendwo anders draufsetzen. Zack. Rastet sofort ein. Und filmt sofort los. Perfekt. So, dann gibt es wie gesagt noch dieses kleine Extension Kit. Das kann ich mal kurz im Auspacken hier. Das ist nämlich super praktisch. Weil, damit kann ich nämlich folgendes machen. Dann kann ich nämlich dieses Seitenteilchen hier, das kann ich nämlich einfach lösen quasi. Zack. So, das ist die Seite, wo der Akku drin ist und die Speicherkarte. Und jetzt habe ich dieses Teilchen hier und das hat ebenfalls diese kleine Fräsung, die dann jetzt hier auf diese kleine Mini-Stange wieder draufgeklipst wird einfach. Klack, so. Und dann kann ich das einfach umdrehen und festklipsen. Und schon habe ich hier eine geile Extension dran. Nämlich als Erweiterung diesen Schlitten hier. Ja, und kann diesen Schlitten jetzt nutzen, um da zum Beispiel dann auch, wie gerade schon zum Beispiel gezeigt, beispielsweise eine Kamera dran zu machen. So. Und schon hätte ich hier eine nette Extension. Ich kann das hier nochmal in die Kamera reinhalten. Wunderbar. Dann kann ich dieses Teilchen hier nehmen, das ist da halt auch mit bei, das gehört damit zu. Und das kann ich an die Unterseite dran machen, also quasi hier unten dran bei der Kamera. Und wenn ich das gemacht habe, Zack. Dann könnte ich quasi hier auch nochmal die irgendwo draufziehen auf dem Schlitten oder noch was mit drunter machen oder wie auch immer. Also noch eine Befestigungsmöglichkeit. Genau. Jetzt habe ich hier an der Seite noch Platz. Und dafür habe ich mir das hier geholt. Das ist nämlich ein 3,5 Millimeter Audio Adapter. Richtig gut. Zeige ich mal eben hier. Und das Geile ist, es ist alles Plug & Play ohne viel Tamtam ist hier halt auch USB-C dran. Hier siehst du den USB-C Anschluss und wir haben hier USB-C dran. Hier kann man das sehen und dann funktioniert das so, ich brauche den einfach nur hier einmal draufstecken. Clip und zack und das sitzt alles wirklich wie angegossen, sitzt super fest. Ich zeige das nochmal in der anderen Kamera. Ich kann das hier nochmal reinhalten. Und dann habe ich jetzt hier an dieser Stelle nämlich auch einen USB-C Anschluss weiterhin zum zum Beispiel auch extern aufladen, aber auch für Kabel und Mikrofon. Das heißt, ich könnte hier theoretisch, können wir hier mal so dran bauen, einfach nur mal so zum Zeigen. So könnte man das zum Beispiel hinbauen, als Beispiel. So, dann hast du hier Audio Ausgang zum externen Mikrofon, kannst den hier nochmal auf dem Schlitten packen oder den anderen Adapter nutzen, je nachdem, wie du das brauchst. Und alles ist super. Du könntest theoretisch die Kamera auf den Kopf drehen und dann hier zum Beispiel oben das Mikrofon drauf machen stattdessen. Also, das kannst du dir ja so hinbauen, wie du willst. Aber ich finde das eine sehr, sehr coole Sache. Und es ist wirklich alles mega wertig, es ist super stabil, es wackelt nichts, es klappert nichts. Also wirklich perfekt. Und das war für mich ausschlaggebend, das damit zu nutzen. Jetzt nutze ich allerdings nicht immer ein externes Mikrofon. Ich mache es mal wieder weg hier. Sondern halt ganz oft auch diese hier. Das sind ja diese kleinen, ich nenne sie mal Pseudo Lavaliers. Das ist ja das DJ Mic 2. Und das hat sich auf jeden Fall auch erstmal super gelohnt, das zu kaufen. Kann ich nicht anders sagen, weil es funktioniert wirklich perfekt. Und nicht nur, das muss ich jetzt auch mal kurz dazu sagen. Also ich kann mit diesem Mikrofon nicht nur mit der Osmo Action Cam aufnehmen. Ich könnte sie theoretisch auch mit der GoPro verbinden. Auch das geht. Habe ich schon ausprobiert. Das geht über diesen Media Mod dann. Ist auch gar kein Problem. Einfach am Media Mod dann halt so ein Kabel wieder anschließen hier. So eins. Media Mod mit dem Empfänger hier verbinden. Das ist der hier. Damit wird das dann verbunden. Der hat nämlich an der Seite 3,5 mm Klinke. Und dann einfach ins Mikrofon schnacken. Und das läuft dann über diese Verbindung. Das heißt, das Ding leuchtet dann grün. Ja. Ich nehme den mal kurz raus. Dann leuchtet es gleich dauerhaft. Da hat er auch die Verbindung. Jetzt läuft hier das grün. Und das ist, ich sage mal, eine normale Funkverbindung. Um das mit einfachen Worten jetzt mal zu erzählen. Dann kann ich das aber auch umschalten. Dann leuchtet das blau. Das geht auch. Musik kurz im Gedrückt halten. Und dann switcht das um auf blau. Und wenn es blau ist, dann ist das eine Bluetooth-Verbindung, die dann automatisch mit der Osmo fungiert. Also das geht nur mit der Osmo. Das grüne Licht funktioniert auch mit allen anderen Kameras. Genau. Und das Coole ist jetzt hier, dass ich zum einen die Möglichkeit habe, das über Actioncams zu machen, DSLR-Kameras, aber auch Smartphones. Und dafür sind hier halt solche Adapter drin. Ich kann mal ganz kurz zeigen. Da sind hier mit dabei solche Adapter. Das ist einmal ein Anschluss für Lightning und einmal USB-C. Und die kann man dann hier an diesen Sender sozusagen ranmachen. Das heißt, ich nehme das hier einmal ab. Packe jetzt hier zum Beispiel den hier drauf. Der wird einfach nur so drauf gemacht. Mit Lightning. Und kann den dann einfach ganz problemlos an mein Smartphone anschließen. Hier, ich habe hier zum Beispiel ein iPhone. Da kann ich den einfach zack dran machen. Und schon könnte ich den Ton, also wenn ich hier irgendwas aufnehmen möchte, über ein Funkmikrofon dieses hier zum Beispiel aufnehmen. Ja. Das heißt, ich stelle das hier einmal wieder um auf grün. Zack. Und schon ist der verbunden. Man sieht halt auch, dass der hier schon direkt reagiert. Auf das, was ich sage. Siehst du ganz eindeutig. Und ich könnte jetzt einfach ein Video aufnehmen mit dem Smartphone hier. Und hätte denn den Ton über dieses Funkmikrofon. Super praktisch. Also allein dadurch, durch diese Möglichkeiten, die jetzt hier gegeben sind, hat sich das hier schon gelohnt. Das Mikrofon-Set. Ich packe hier mal alles ein bisschen beiseite. So, und wenn ich jetzt mit diesem Mikrofon und dieser Kamera aufnehmen möchte, geht das auch ganz einfach. Und dazu brauche ich noch nicht mal diesen Sender. Du musst immer bedenken, es gibt einmal die Möglichkeit, alles über den Sender aufzunehmen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, alles mit der Kamera aufzunehmen. Also direkt auf der Kamera. Und das funktioniert jetzt momentan nur mit der Osmo Action über diese Bluetooth-Geschichte. Und das funktioniert dann wie folgt. Also schaltet es die Kamera ein. So, die Kamera läuft. So, dann kann ich mir den hier nehmen. Der leuchtet schon blau und ist schon verbunden. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Aber steht auf jeden Fall hier nochmal drauf. Zeigt ja zumindest nicht. Ich gucke mal, ob man das so sehen kann hier. Den Ausschlag, den Pegel müsste man eigentlich hier erkennen können, hier oben. Und das ist einfach das Coole dabei, weil ich kann jetzt einfach, weil das miteinander direkt funktioniert, den jetzt auch wieder reinpacken. Und dann sagt er halt, es ist getrennt. Ich kann hier nochmal kurz anzeigen. So, nehme den jetzt hier mal aus der Verpackung raus. Im Hintergrund kannst du es vielleicht sehen. Und dann sagt er hier, kann man glaube ich nicht lesen, ne? Kann man nicht ganz lesen. Auf jeden Fall reagiert das sofort miteinander. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, einfach den hier reinzupacken, zu laden. Und wenn du den brauchst, dann holst du den einfach raus. Er geht sofort auf blau, bleibt blau und ist sofort mit der Kamera verbunden. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem Mikrofon durch die Gegend laufen, hier aufnehmen auf der Kamera und der Ton wird direkt hier mit aufgenommen. Natürlich darauf achten, nicht zu weit weg zu gehen, weil es eine Bluetooth-Verbindung ist. Aber grundsätzlich funktioniert das schon mal perfekt. Weil damit sparst du dir halt das Nachhinein, im Nachhinein, das Synchronisieren zwischen Bild und Ton. Und das ist ziemlich cool. Genau. So, also das einmal dazu. Wenn dich da noch ein paar Details von interessieren, dann schreib es einfach in die Kommentare. Dann kann ich nochmal ein separates Video machen. Dieses Video war jetzt ein bisschen viel durcheinander, aber ja, ich wollte einfach mal frei raus, mal drüber reden, über meine Erfahrungen und warum ich das so gut finde. Und ich finde diese Action, diese Osmo Action Cam einfach cool von der Bedienung her. Sie ist schnell, sie reagiert gut, macht gute Bilder, macht gute Videos. Und diese Mikrofongeschichte finde ich einfach nahezu perfekt, weil es ist genau das Richtige für mich. Ist es auch genau das Richtige für dich? Dann schreib es doch mal in die Kommentare rein. Oder wenn du sagst, ich habe noch eine bessere Idee oder es gibt irgendeine bessere Lösung, dann lass uns gerne alle dran teilhaben. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.